Kinder sind unschuldig. Du auch? Hallo ihr Lieben, mein Name ist Andreas. Es geht auf diesem Kanal um die Anwendung und die Erfahrung von einem Kurs im Wundern. Und jeden Mittwoch schicken wir auf den Telegram-Kanal und auf WhatsApp ein Zitat aus dem Kurs im Wundern. Und was wir gestern geteilt haben, möchte ich gerne hier näher beleuchten. Denn so wie das Ego die Zeit benutzt, gibt es kein Entrinnen aus der Angst. Denn die Zeit ist nach seiner Lehre nichts anderes als eine Lehreinrichtung zur Anhäufung von Schuld, bis sie allumfassend ist und auf ewig Rache fordert. Der Heilige Geist möchte das alles jetzt aufheben. Die Angst gehört nicht zur Gegenwart, sondern nur zur Vergangenheit und Zukunft, die es gar nicht gibt. Es gibt keine Angst in der Gegenwart, wenn jeder Augenblick klar und von der Vergangenheit getrennt dasteht und ohne dass sein Schatten in die Zukunft reicht. Den Link zu dieser Telegram-Gruppe findest du unter diesem Beitrag. Und das Schöne, was uns hier präsentiert wird, ist alles, was in diesem Zitat steht. Es ist alles schön. Als ich dich gefragt habe vor einer Minute, vor zwei Minuten, ob du auch unschuldig bist oder die Unschuld nur in Kindern siehst, dann war es wirklich die Frage, wie verwendest du Zeit? Wenn du die Zeit aus der Lehre des Egos verwendest, dann wirst du einfach dich immer schuldiger fühlen. Denn wir sind von der Überzeugung überzeugt, dass die Kinder noch unschuldig sind. Also da sie noch keine Zeit hier verbracht haben, sind sie noch unschuldig. Aber irgendwie steckt in dieser Überzeugung auch der Gedanke, irgendwie vergeht Zeit und dann passiert irgendwas mit Kindern, während sie voranschreiten in Zeit und Reifen, sodass irgendwie dann Schuld oder Sünde in sie eindringt. Oder sie sich selbst schuldig oder sündig machen. Das ist doch wahnsinnig, oder? Ist das nicht ein wahnsinniger Gedanke, dass du gar keine andere Chance hast, außer hier wirklich Schuld anzusammeln? Und das ist die Lehre des Ego. Und wenn das Ego ein Konstrukt ist, was keine Macht hat, was nicht existiert, dann ist es einfach nur ein Irrtum. Kinder sind unschuldig, genauso wie wir, weil wir dasselbe sind. Das lehrt der Heilige Geist. Die Trennung hat nie stattgefunden. Es hat keine Zeit stattgefunden, in der du dich schuldig machen konntest. Es hat keine Zeit stattgefunden, wo du aus der Unschuld in die Schuld gehen konntest. Und das sogar... Also gehen wir hier mit einer neuen Lehre. Und das, was wir hier verwendet haben, um uns einzureden, wirklich einzutrichtern, dass wir doch sündig oder schuldig sind, dazu sollte der Körper dienen. Der Körper ist das Instrument, das der Geist in seinen Mühen sich selbst zu täuschen machte. Sein Zweck ist es, zu streben. Doch kann das Ziel des Strebens sich verändern? Und das haben wir gestern in der Übung angeschaut. Lass mich daran erinnern, dass Gott mein Ziel ist. Doch kann das Ziel des Strebens sich verändern? Und nun dient der Körper einem anderen angestrebten Ziel, nämlich Gott zu erinnern. Wonach er jetzt sucht, wird durch das Ziel gewählt, das der Geist als Ersatz für das Ziel der Selbsttäuschung angenommen hat. Das ist nicht wirklich irgendwelche anderen Ziele, die wir verfolgen, sondern das Ziel hinter unseren allen anderen Zielen, die es hier in der Welt zu erreichen gibt, war das Ziel nur Selbsttäuschung. Die Wahrheit kann ebenso sein Ziel sein wie Lügen. Die Sinne werden dann stattdessen nach Zeugen dessen suchen, was wahr ist. Und hier geht Jesus nochmal auf die Idee von Sünde ein. Denn die Sünde oder die Idee, die Überzeugung von Sünde ist das Zuhause aller Illusionen, die nur für eingebildete Dinge stehen, welche aus Gedanken, die unwahr sind, hervorgehen. Okay, und das ist was Sünde ist, mehr ist es nicht. Sie ist der Beweis dafür, dass das, was keine Wirklichkeit hat, wirklich ist. Und wie wirklich kann dieser Beweis sein? Das sind natürlich beängstigende Träume. Beängstigende Fantasien, die wir in unserem Geist da zurechtgelegt haben. Und dennoch ist das, was die Sünde wahrnimmt, nur ein kindisches Spiel. Und in dieser Leichtigkeit wird es tatsächlich aufgehoben. Wir versuchen die Ernsthaftigkeit unserer Verruchtheit, die Ernsthaftigkeit unserer Fehlerhaftigkeit, unser Mangelbesetztseins, unseres Mangelsbesetztseins aufzuheben. Und gehen da mit einer Erwachsenen-Ernsthaftigkeit ran. Aber, tada, es ist nur ein Spiel, ein kindisches Spiel. Der Sohn Gottes mag zwar spielen, dass er zu einem Körper wurde, zu einer Beute des Bösen und der Schuld, mit nur einem kleinen Leben, das im Tode endet. Und das ist es, was wir heute akzeptieren wollen. Ich will mich daran erinnern, dass es keine Sünde gibt. Lektion 259 aus dem Übungsbuch von einem großen Wundern. Und ich erwähne es sehr gerne. Er ist im Geräuthoferlag erschienen. Und der Rechteinhaber ist die Foundation for Una Peace. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Das ändert nichts an der Unschuld. Und auch nicht an der Überzeugung von Schuld. Wenn die Überzeugung von Schuld hochgehalten wird, dann ist es sowohl falsch, das hier zu erwähnen, als auch, dass es falsch ist, es nicht zu erwähnen. Blablabla. Okay, Exkurs, vergiss die letzten Sitzze. Wer weiß, wer das jetzt noch hören musste. Die Sünde ist der einzige Gedanke, der das Ziel Gottes unerreichbar scheinen lässt. Es ist alles sehr ernst. Doch was sonst könnte uns blind machen für das Offensichtliche und das Seltsame und Verzerrte klar erscheinen lassen? Was sonst als Sünde erzeugt unsere Angriffe? Was sonst als Sünde könnte die Quelle der Schuld sein, die Leiden und Bestrafung fordert? Und dieses Leiden tun wir uns selbst an und die Bestrafung tun wir uns auch selbst an. Wir denken zwar, es wird von etwas Äußerem verursacht und Bestrafung wird von irgendwo außerhalb kommen oder durch den eigenen Zerfall des Körpers. Und was sonst als Sünde könnte die Quelle der Angst sein, die Gottesschöpfung verschleiert und der Liebe die Merkmale von Angst und Angriff gibt? Okay, können wir wirklich sagen, es führt nur zu einem und zwar zu diesem Gebet. Vater, Gott, Liebe, Essenz alles allen ewigen Seins, das alles durchdringt, das ich selber auch bin, ich möchte heute nicht wahnsinnig sein. Ich möchte keine Angst vor der Liebe haben, noch Zuflucht suchen in ihrem Gegenteil. Denn die Liebe kann kein Gegenteil haben. Du bist die Quelle all dessen, was da ist. Du bist die Quelle all dessen, was da ist. Und alles, was ist, bleibt bei dir und du bei ihm. Das kindische Spiel hört einfach auf, wenn wir sehen, dass es nichts weiter als ein Spiel ist. Ohne ernsthafte Folgen, ohne eine böse Ursache, sondern einfach nur ein Spiel, über das der Sohn Gottes eingeschlafen ist. Er hat darüber zu lachen vergessen. Ja, wir kommen hier ganz neu rein. Du kommst hier ganz neu rein. Schau, du kommst ganz neu rein. Du bist noch niemals hier gewesen. Man kann daher eine Reflexion von dir, und du bist nicht der Körper, eine Reflexion von dir hier erlauben. Während du in diesem Moment kommst, während du in diesem Moment kommst und all die Ideen mitnimmst, wo du Sünde gesehen hast. Vielleicht war es in irgendwelchen Videos, wo du Sünde sahst. Ich fasse mir an die eigene Nase. Vielleicht war es in irgendwelchen Nachrichten, die du gesehen hast. Vielleicht bei irgendwelchen Nachbarn oder irgendwelchen Leuten, die hervorgestochen sind, wo du ein Urteil drauflegen konntest. Irgendeine Sorge über ein zukünftiges Ereignis. Und siehst, wow, das sind meine Gedanken, in die ich meine Schuldüberzeugung gepackt habe. Und jetzt sehe ich einfach nur, ich habe hier nur ein Spiel gespielt. Es verliert seine Schwere. Es verliert seine Ernsthaftigkeit und seine scheinbare Realität. Und hier lege ich es in deine Hände, Gott. Ich möchte keine Angst vor der Liebe haben, noch Zuflucht suchen in ihrem Gegenteil. Ich möchte keine Zuflucht in der Angst suchen. Heute war ich bei meinem Döner-Spezialitäten-Experten mit Namen Nehmet. Nehmet macht einen super Döner. Und Nehmet hat ein bisschen beklommen ausgesehen heute, weil er Sorge um seine Existenz hat. Und am Ende des Speiseganges heute merkte ich, okay, die Preise sind teurer geworden. Das, was mal 8 Euro kostete, kostet jetzt 10. Und Nehmet hat sich beschwert darüber, dass die Politiker den Leuten Angst machen. Und ich habe gesagt, Nehmet, sie wissen nicht, was sie tun. Und deine Aufgabe ist einfach nur, dass du dich von der Angst entledigst. Du wirst immer klarkommen. Du wirst immer alles haben, was du brauchst. Und Nehmet fing direkt an, sich zu lehren. Und Nehmet sagte, ja, wenn ich meinen Laden verliere, ich hatte ja schon mal keinen Laden. Bevor ich einen Laden hatte, hatte ich ja keinen Laden. Und da ging es mir auch gut. Ich hatte auch schon mal kein Auto. Und da ging es mir auch gut. Also wenn ich das alles verlieren sollte, habe ich auch kein Problem. Es ist nur ein Problem, solange ich an die Angst glaube. Und sofort fing er an, das für sich freizumachen im Geist, weil man sofort sieht, die Angst bringt einem gar nichts weiter. Es bringt einem nichts weiter, in der Angst zu sein. Da ist keine Zuflucht. Okay, und die Angst, das habe ich niemandem nicht gesagt. Ich sehe nur meinen eigenen Traum von Angst. Mal gucken, ob ich irgendwann mit Nehmet zu weit gehe. Aber jedes Wunder des Verbindens hebt die Angst auf. Und dann kannst du, egal wie unsere Überzeugungen sind, du lehrst dich den Kurs im Wundern und jemand lehrt sich halt was anderes. Aber sobald du frei wirst im Geist und schmeckst, ah, das ist viel besser, mich von der Angst zu entledigen und stattdessen die Liebe zu wählen, schmeckt viel besser, ist viel einfacher, vernünftiger, leichter im Geist, natürlicher für mein Sein als die Angst. Die Angst ist komplex, die Angst ist verborgen, die Angst ist kompliziert, die Angst macht mir keinen Spaß und die Überzeugungen, die die Angst aufrechterhalten, die können einfach hinterfragt werden. Liebe kann kein Gegenteil haben. Du bist die Quelle all dessen, was da ist und alles, was ist, bleibt bei dir und du bei ihm. Schau, ja, 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 es ist wahr, wir verlassen wirklich Raum und Zeit, weil wir niemals hier gewesen sind. Ich danke dir für deine Reflexion im Licht und möchte dich herzlich einladen zum Online-Retreat, zur Live-Übertragung des Türkei-Retreats. Nehmet hat die Tür geöffnet, ich wusste es und die Möglichkeit, online dabei zu sein, betrifft die ersten drei Tage, vielleicht auch die Tage auf dem Boot. Schauen wir mal, ob die Verbindung klappt. Auf jeden Fall bist du herzlich eingeladen, die ersten drei Tage im Bodrum, live, online dabei zu sein, wo auch immer du glaubst zu sein. Und wir nehmen dich einfach sowieso mit, wohin auch immer wir gehen, denn dieser Traum ist holographisch und das heißt, alles wird durchdrungen von seiner Liebe und Essenz. Maria hat es in den Kommentaren geschrieben, der Sohn Gottes reist nirgendwohin. Wir gehen nirgendwohin, auch wenn sich die Bilder ändern. Und erinnern wir uns einfach, dass die universelle Inspiration, 1001 Nacht im Licht, gegenwärtig hier und jetzt ist und damit ein Anker in den Felsen der Erlösung. Damit ein Anker in die Gewissheit Gottes, dass hier und jetzt dein Erwachen stattfindet und es hier und jetzt vollbracht ist. Wir gehen einfach noch in die Ecken und räumen und hier und da ein bisschen auf, machen ein bisschen sauber, damit der Geist breit und sauber und hübsch für den Bräutigam ist. Oh mein Gott, Geschichten von 1001 Nacht. Wow, es würde mich freuen, dich in Raum und Zeit dabei zu haben und ansonsten sehen wir uns wie immer in diesem Moment. Bei der nächsten Gelegenheit, vielleicht morgen in Raum und Zeit, vielleicht in 1000 Jahren in Raum und Zeit, aber da es keine Zeit gibt, sehen wir uns buchstäblich jetzt im einzigen Moment von Wirklichkeit. Alles Liebe und Segen dir in allem, was du bist, tust und denkst.